Am 13. April, live in ORF Sport Plus. Endlich im Boxring. Die ewigen Rivalen. Markus Nader und Gurgi Kniesewitsch. Ich will Ihnen ein bisschen Respekt beibringen. Wer gewinnt den Kampf um die Vorherrschaft in Wien? Sag mal, wo, wann? Bei der Bounce Fight Night 2019. Am 13. April, live in ORF Sport Plus.